Der Streit um Prinz Harrys Visum eskaliert, da der Herzog vor einem großen Problem warnt. Eine US-Regierung unter Donald Trump könnte Prinz Harry in seinem Streit um sein Visum vor Probleme stellen, wie ein königlicher Korrespondent angedeutet hat. Der Streit um Prinz Harrys US-Visum hat sich verschärft, da der Herzog von Sussex vor einem großen Problem gewarnt wurde. Die in Washington DC ansässige Denkfabrik The Heritage Foundation möchte, dass Einzelheiten zu Harrys Visum öffentlich gemacht werden, und hat beim US-Heimatschutzministerium Informationsfreiheitsanfragen gestellt, um herauszufinden, ob der Herzog zugegeben hat, früher Drogen genommen zu haben. Die Denkfabrik ist der Ansicht, dass die Amerikaner ein Recht darauf haben, die Einzelheiten zu erfahren, aber die Beamten des Ministeriums haben sich gegen die Veröffentlichung der Einzelheiten gewährt. Ein Richter soll entscheiden, ob dem Antrag der rechtsgerichteten Denkfabrik auf Veröffentlichung der Einzelheiten stattgegeben wird oder nicht. In den letzten Tagen sind Informationen aufgetaucht, wonach sich das Heimatschutzministerium widersetzt und argumentiert, die Informationen seien privat, und behauptet, dass mit der Strafverfolgung ein gewisses Stigma verbunden sein könnte. Die königliche Korrespondentin Victoria Murphy sagte im Palace Confidential Podcast der Daily Mail, dass die Behauptungen über ein Stigma verwirrend seien und dass es viele Fragen darüber gebe, wohin der Fall führen könnte. Sie fügte hinzu, erstens, werden die Informationen veröffentlicht? Was zeigen die Informationen? Und was passiert danach, wenn überhaupt? Und natürlich könnte es von der Regierung abhängen, denn in den USA stehen Wahlen an. Es könnte also zu nichts führen oder es könnte für Harry ziemlich problematisch werden. Es gibt viele verschiedene Richtungen, in die das gehen könnte. Ein ehemaliger Mitarbeiter in der Regierung von Donald Trump, der bei den Parlamentswahlen im November gegen US-Präsident Joe Biden antreten wird, hat angedeutet, dass Harry keine Vorzugsbehandlung erhalten würde, sollte ihr Ex-Chef das Weiße Haus zurückerobern. Der US-Botschafter in Großbritannien hat zuvor erklärt, dass Harry unter der beiden Regierungen nicht abgeschoben wird. Die Richtlinien der US-Einwanderungsbehörde besagen, dass Visumantragsteller, die sich als Drogenkonsumenten oder Süchtige herausstellen, nicht zugelassen werden. In der Praxis wird den Einwanderungsbeamten jedoch Spielraum eingeräumt, über einen Antrag zu entscheiden, basierend auf Faktoren wie der Dauer und Schwere des Drogenkonsums. In einigen Fällen, in denen ein Antragsteller den Drogenkonsum zugegeben hat, sind Ausnahmen möglich. Auf die Frage, ob die Tatsache, dass Harry eine königliche, öffentliche Person ist, einen Einfluss auf die Veröffentlichung der Informationen hatte, sagte Frau Murphy, Die Frage sei nur aufgekommen, weil Harry in seinen Memoiren Spare über seinen früheren Drogenkonsum geschrieben habe. Sie argumentierte, dass die ganze Angelegenheit um sein Visum dadurch entstanden sei, dass er diese Details preisgegeben habe. Der Herzog von Sussex schrieb in seinen Memoiren, die ein Bestseller sind, über den Konsum von Marihuana, Kokain und psychoaktiven Pilzen.